good evening this is student x we don't want to die in hospital frauen und eisprung wir wollen nicht im krankenhaus sterben bonsoir monsieur damme cd familie seuf on ne veut pas mourir lobital thema ist patientenverfügung aus dem hef patientenverfügung der verbraucherzentrale nrw und der teil patientenverfügung mit erläuterungen neigt sich dem ende zu es ist das letzte kapitel in diesem teil das erschreckt sich über die seite 45 relativ kurz im kapitel davor ging es um die verbindlichkeit der verfügung und es ist ein urteil zitiert worden aus dem jahr 2005 das verdeutlicht dass so eine patientenverfügung von richtern als ziemlich verbindlich gesehen wird es gibt götter in weiß ärzte die meinen sich darüber hinwegsetzen zu können ich bin mir sicher richter sehen das anders wenn man sich dieses urteil des bundesgerichtshofs vom 8.06.2005 anguckt und das urteil wird am oberlandesgericht münchen geführt so aufbewahrung und hinterlegung es gibt ein tipp da kaum jemand seine patientenverfügung ständig bei sich tragen kann empfiehlt es sich bei den persönlichen unterlagen zum beispiel führerschein und personalausweis eine karte mit dem hinweis auf die patientenverfügung auf zu bewahren hierauf sollte der fundort oder eine kontaktperson benannt werden okay so aufbewahrung und hinterlegung eine patientenverfügung nutzt nur wenn das original im notfall schnell aufzufinden ist informieren sie vertrauenspersonen und behandelnde ärzte insbesondere vor riskanten eingriffen dass eine patientenverfügung vorliegt sie können ihrem behandelnden arzt auch eine kopie der verfügung geben mit der bitte diese bei ihren kranken unterlagen kranken unterlagen zu verwahren mit manchen muster drungen ist die möglichkeit verbunden die patientenverfügung gegen gebühr an einer zentralen stelle zu hinterlegen vor diesem muster drucken wurde in dem heft hier schon gewarnt ich weiß nicht warum ich unterstreiche und mache ein fragezeichen daran ich finde man sollte dann da auch nicht mehr darauf hinweisen wenn man das finde ich gut hält deshalb mag ich dieses buch auch nicht patientenverfügung muss in eigenen worten verfasst werden man muss nicht geschäftsfähig sein sondern einwilligungsfähig so was heißt muss sollte ich habe mich gerade schlecht aus patientenverfügung sollte in eigenen worten verfasst werden man muss nicht geschäftsfähig sondern nur einwilligungsfähig sein manchmal wird auch eine alljährliche erinnerung angeboten die verfügung neu zu unterschreiben um stets eine aktuelle version vorlegen zu können ist nicht nötig ich habe gelernt die bleibt lange gültig bis auf wiederruf bis neuere vorliegt ob ihnen die erinnerung die gebühr wert ist oder ob sie selbst an eine regelmäßige überprüfung denken müssen sie selbst entscheiden die aufbewahrung in einem zentralen archiv bietet den vorteil dass die verfügung sicher untergebracht ist allerdings sollten sie sich vergewissern ob das original der verfügung bei bedarf auch am wochenende oder an feiertagen innerhalb von 24 stunden beim behandelnden arzt oder einem bevollmächtigten vorgelegt werden kann und wie das entsprechende verfahren abläuft zurzeit sind uns beispielsweise als zentrale archive bekannt die archive beim roten kreuz in mainz bei der deutschen stiftung patientenschutz in dortmund beim humanistischen bundesverband deutschland in berlin und die deutsche verfügungszentrale in dresden sowie in berlin die adressen finden sie ab seite 162 an der stelle ist das buch sinnvoll dass es solche adressen bietet sehr gut gefallen haben ja an der stelle übrigens diese tabelle hier ich würde das gut deshalb für den 10er kaufen seite 24 da wird deutlich was die werkzeuge patienten verfügung vorsorge vollmacht und betreuungsverfügung auszeichnet an klaren kriterien und wie die sich voneinander abgänzen mir hat das sehr geholfen so die hinterlegung einer bloßen patienten verfügung beim gericht ist nicht möglich allerdings können sie in manchen bundesländer betreuungs allerdings können in manchen bundesländer betreuungs verfügung hinterlegt werden seit seite 82 ist dies mit der patienten verfügung kombiniert gilt das für beide verfügungen seite 82 versteht denn da das ist betreuungs verfügung aufgewahren und hinterlegen so ist dies mit der patienten verfügung gilt das für beide verfügungen am besten erkundigen sie sich beim zuständigen amtsgericht außerdem können sie ihre verfügung gegen gebühr beim mutar hinterlegen okay dass die hinweis am besten erkundigen sie sich beim zuständigen amtsgericht hilft mir weiter das betreuungsgericht ist nämlich eine abteilung des amtsgerichts habe ich auch schon gelernt dass die sind gespannt ob es beim amtsgericht so den sowas gibt das war es aus diesem buch erstmal ich habe angefangen die fragen im vorsorgehandbuch zu beantworten damit im zweifelsfall mein maßlicher wille ermittelt werden kann die stehen hier ab der seite f3 f3 bis f8 habe ich bisher abgepinnt ich habe noch nicht viele beantwortet ich bin da momentan zu faul zu ich komme auch nicht zu ja ich bin arbeitssuchend das belastet ein wenig wollen wir es so ausdrücken ich bin mit gerichtstermin verbunden beim arbeitsgericht muss ich vorbereiten ich bin danach immer müde so tschüss okay okay Untertitelung des ZDF für funk, 2017